Derby Obermaß Naturs, allem sehr gefürchtet. Es ist relativ ein ausgleichendes Derby gewesen. Bis zuerst muss man sagen, hat Obermaß sicher für niemand zu gewinnen. Die Toren sind ein bisschen unglücklich passiert. Das erste ist von Obermaß ein bisschen unterschätzt worden von der Sofjati. Es ist ein Freistoß, man muss das Tor treffen. Wenn man das Tor nicht trifft, kann man nie da werden. Das zweite ist eine gute Aktion gewesen. Eine schöne Aktion, auch durch den Toren, glatt daran, dass der Ball nicht ausgeht. Ich gebe ein bisschen zurück, der Malaya ist hier gewesen auf dem ersten Fehler. Sie haben das Tor, sie haben ein ausser gespielt Tor gewesen. Jetzt das Tor und die Toren, die haben letztlich gespielt. Die Abtreibung hat natürlich auch. Daumen am Fehler, ein bisschen von Beto. Der Stärke setzt nach und da unten rein. Das ist wichtig, man muss da sein. Und das dritte Daumen durch die Kanter. Schön macht er wieder vom Tier. Glacier ist kein Wasser.